Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist schon passiert, aber nur ein leicht gewandtes Unfall. Aber es fängt ja an zu zucken und fängt an zu bluten. Ich habe keine Vögeldosis. 30. Das ist schon eingestohlt. Die haben nur noch die Nerven, wie gesagt. Die hat keine volle Laute gekriegt. Kannst du mir jetzt scheiß sagen. Schau mal her. Guck mal her. Schau mal her. Schau mal schnell. Schau mal. Schau mal. Bevor die Koppel nicht holt. Dann noch ganz wohl. Ja, kannst gucken. Wie gesagt, das ist eine kleine und keine Vögeldosis zu krisch. Ja, ist klar. Ja. Komm hier hin, hier hin. Komm her. Ich sehe es auch von hier, weißt du? Kannst du gar nicht sehen. Das sehe gar nichts. Versuch ich dir dann... Komm doch einfach her. Ja, machen. Oh, die Arme, ja. Warte. Ja, jetzt kommst du langsam. Wißt du, wartet. Und sie machen die Natur auch. Weißen und dann ganz langsam. Dann weißen sie erstmal. Und dann riecht die Spur so dermaßen. Selbst wenn der Kilometer Platsch ist oder kochen ist. Doch nicht. Gar nicht geht. Die riechen ihr Gift und die... Klaus. Und sie sind dann halt sowieso in der Sicherheit der Täter. So tot ist. Heftig. Heftig. Es sind Krebschädigendes Gefahr, die Sauer. Auf jeden Fall. Obwohl ich das nicht mal voll zugeknattert. Das ist mir immer gut. Mein Hutt würde ich ja sagen. Da hast du deinen Spaß da dran. Das hat kein Krebschen, ne? Nein, das muss er mit dir über der Kapitänung, diese Latt. Komm noch eine. Zack, zack. Zack, ich sag da. Ja, gut, komm. Riech, jetzt haben Sie. Ich finde den wirklich witzig, aber... Eigentlich ist das eigentlich die Oberbrülle, finde ich an sich jetzt zum Allgemeinen, aber nicht. Gut, ja, guck mal, ich bin nervös. Ja, nein, ich wüsste dir auch noch dazu. Ja, brauchst du dich, brauchst du dich nicht? In der Becken will ich noch nicht. Guck dir da, hast du gesehen? Mhm. Du merkst, die Reaktion, oder? Ist jetzt so, oder? Ja, das ist ja auch so. Wenn du jetzt mal richtig aufgehauen. Ich würde sagen, woher das die Reaktion sich halt... Nach hinten, komm, dein Akku wird gleich leer. Und ich kriege einen Kamerantorn. Kurf mich nicht so an. Jetzt schiehle ich zurück. Oh, ich lass mir die Benche... Das ist ein Problemchen. Ich kann hier eine Krankheit einsehen. Ich wollte sogar zu schielen, weißt du? Nicht so, ich nehme mir sicher. Ich nehme mir sicher, ein bisschen in die Position, jetzt zieht das weg. Ich bin mir sicher, tot, wie tot, ist okay. Rischiore, Lebensgift noch dazu und Tschüss. Okay. Okay. Ach, die Kette ist nicht so. Okay. Ich sehe das nicht so. Ja, ich sehe das nicht so. Ja, ich sehe das nicht so. Ja, ich sehe das nicht so. Und, ich nehme nochmal 0, weil ich den Ton haben muss. Oh, das schweige ich nicht. Das muss nur leise sein, wie gesagt. Okay. So, ich nehme jetzt den Ton auf. Und, äh... ... 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 Sollte Vielen Dank. Sehr gut. Wirklich die Kupfer auf den Kupfer. Wirklich die Kupfer. Die Kupfer ist ein Kupfer. Wirklich die Kupfer in die Kupfer zu verkleben. Wirklich die Kupfer zu verwenden. Das war's für heute. Das war's für heute.